Es ist sehr gerissen, daher konnte er uns bis jetzt hier nicht kommen. Bisher hat ihn, glaube ich, noch nie jemand in Panik gesehen. Ich bin voll eurer Mann. Schon kapiert, deshalb wird er sich jetzt anders verhalten. Genau, ey. Ein prima Gelegenheit, ihm eine volle zu stehen und einen Gin zu trinken. Ja, einen Gin zu trinken. Ja, ich muss los. Wir sehen uns, ey. Ich bin voll eurer Mann. So meine Frau. Tschöö. Ich komme mit der Herr. Uh, wo bist du? Butteruhr. 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 Ach, ich brauche keinen Dollar. Der werfen Bomben. 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 Hallo? 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 Boah, wie viel fällt so aus, ey? Komm. Komm. Level up. Äh. Okay. Oh, 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 oh. Ich bin ja in die Dache reingesprungen, ey. Pinocchio. Ah, eine Harpie. Ach, nein. Bomben. 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 Boah, weg da. Oh, gib mir die 50 oder 100. Die 50 oder 50. Hab hier. Oh, oh, oh. Und ist der Boden kaputt. Alles deine Schuld, Harpie. Aua, das hat weh getan. Das ist ein komischer Blitz-Kinocchio. Stirb jetzt, Knocchio. Schmackere Blitz-Kinocchios. Ah. Ah. Läuft halt die Harpie aus, ey. Komm her. Nein. Nein. Runtergefallen. Na toll. Warte. Wie viel Schaden macht das? Alter. Puh, ich bin erschrocken, ey. Zwei Tränke sollten reichen. Ich hätte nicht reingefallen, ey. Das wäre viel besser gewesen. Oh. Yay. Wackata. 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 Ey, f*** dich einfach. Ich fühle mich hier schlechte Laune. Ey, repiss dich. Ich hab die Schläge, Alter. So. Jetzt kann ich wenigstens... Ruhe. Ey. Boah, ich dachte schon, ey. Boah, was denn scheiße ist das denn hier? Sollte bewachter Geld, ey. Ich hatte keine Fliege, jetzt passt es nicht so. Oh, 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 fein. Du hast keine Chance gegen mich. Du auch nicht, Glokyro. Geht so hoch, ey. Eisen-Gigant. Markyro! Markyro, machen wir... Fuck. Na toll. Soll ich meine Markyro... umsonst ausgeben? Soll ich mir nicht wieder treiben. Äh, wieder. Bäh. Eure Töne machen ja... Machen wir Schaden, ey. Au, au, au. Verpisst euch. Ich trau dich auf die Frisse, ey. So. Ja, ich bin schon wieder hier. Oder was? Der Gang ist so unendlich weit. Und darum werde ich... Verarschen? Ich bin jetzt umsonst nicht hier gelaufen. Toll. Bisch auch. Bisch auch. Bisch auch. Ich muss also den Eisen-Giganten besiegen. Na toll. Tolle Wurst, ey. Ich umsonst euch nicht um die ganzen Harpin da... Äh... Komm. Pisst euch. Pisst dich, Mann. Pisst dich. Bist du Schläge, ey. Pisst dich, Pinocchio. Au, ab, Mann. Ist das ein Pikachu oder was? Komm. Selbst nicht. Oh Gott, da. Nein. Oh, oh, weg da. Kann ich euch den Kopf treffen? Nö, das hat ein Riesenschild, ey. Mach das Schild weg, sonst gibt's die Schläge, ey. Na, ich bin Chid, der Schläge kriegt. Komm. Keine Angst, keine Angst, hau zu. Keine Angst, hau zu. Ich hole, ich... Ey, guck mal, ey. Au. Nicht treten. Hauen. Oh, du bist tot. Murphy, das Riesenherz. Macht mich wohl sehr lieb. Ja, 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 lasst mich in Ruhe. Boss, Mann. Ja, toll. Fall ich nicht wieder runter. Was hat er jetzt? Meine Fresse, ey. Ey, lass mich doch hoch. Die Schläge. Meine Chance, meine Chance. Ah. Ich weiß, warum? Aber klar, weil dahin ist ja eine Boss-Weintür. Erstmal Ausrüstung, alles zu. Guck den Flugrüstung, hab ich nichts anderes. Kopfjäger ist gut, Valkyre ist sehr gut. Hallo. So. Ab zum Bosskampf hier, ey. Eine Sense in einem Uhr, wer... In der Uhr... Blatt. Ziffernblatt. Oh, oh, ich muss gegen einen... Ah, hätte ich mir fiegt eine Sense. Oh, oh, von beiden, ey. Pisst euch. Komm her. Oh, was ist das, Alter? Warum fliegen die ganzen kleinen Sensen rum? Haha. Haha, komm doch. Oh, 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 komm. Ey, diese kleinen Sensen nervt mich. Hau ab. Wacken darf. Fiss dich, Alter. Ey, ich hasse. Ey, was soll das? Verficktes Spiel, ey. Nur unfaire Gegner hier machen, man. Das ist typisch, dieses verfickte Spiel. Irgendwo was hier in Erdbeere. Hahaha. Wacken darf. Ich hab Wacken darf. Wacken darf. Super-Strahler, Alter. Pipi-Strahl. Pipi-Strahl. Ich hab mal vorbeigehen, aber draufschlagen, wie er weglaufen ist. Oh, jetzt kommt er wieder. Peng. Komm, komm. Peng. Hier und der Lauf und einmal schlagen. Wow. Das ist dieses... Ja, 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 ja. Haha, getroffen. Dom, 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 dom. Zum, zum, zum. Oh. 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 Ernsthaft. Ich hab's ne Erdbeere. Und hier gibt mir so viel Leben wieder. Ja. Die kleine Erdbeere. Oh. Der hat ja diese Hand gerade gemacht. Nein, nein. Oh, unfall. Unfair. Unfair. Komm, komm. Aha. Sag mal getroffen. Und drüber springen. Oh, dieses Ziffern-Ding. Wacken darf. Jetzt geworfen, Dolph. Komm her, Wacken darf. oh, 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 oh. Nicht weh, tu nicht weh, tu nicht weh. Oh, sie wird nur 26. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm, komm. Ja, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ach, nö. Ach, nö. Oh, nö. Ah, was sollst du jetzt ausweichen? Tot. Selber tot. Das kann man nicht ausweichen. ich habe teilung vielleicht wieder von 29 ist nicht verarschen das habe ich nix nur noch diese paar tränke hier getroffen das tut weh lol nein schnell ich muss mich mit Rokata besiegen Nein, ich hab nicht verlieren Weil ich immer das ausweichen soll Das geht nicht Piss dich, Alter Das kann man nicht ausweichen Das ist wohl unfaire Gegner, ey Ja, 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 komm Was soll man das denn schaffen? Das ist voll unfair Ich mach die ganze Zeit Und nichts passiert, ey Meine Fresse Ja, 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 komm Ja, so, mal hinter dir Ja, siehst du, diese Gestalt Ja, der ist aber unsichtbar Ich muss aufpassen, dass ich einfach nicht so viel Leben verliere Einfach Schwimmen Komm, komm, komm Einfach aufpassen auf die Kleinen Na toll Wow, jetzt bin ich das andere nicht getroffen Schade, dass ich Leben regeneriere Aber jetzt hab ich euch die ganze Zeit 474 Komm, komm Du musst einfach nicht zu Überholtig werden Alter, mein verficktes Headset-Kabel, ey Ich hab grad Ausgerutscht darauf Das liegt nämlich gerade auf meiner Tastatur Genau da, wo meine Hand ist Boah, ich so verfickte kleine Dinger Die kommen einfach unter mir so Guck mal Das ist das ist die摹 Untertitelung. BR 2018